Ja, wer macht Ansage? Okay, hab... Drei, zwei, eins... Yes! Ach verdammt. Läuft. Wen haben wir denn noch nicht? Ne, haben wir schon, ne? Den, ähm, Mechaniker. Genau. Ah ne, der ist das Gary. Das ist Gary. Gary ist Gary. Gary ist Gary. Gary ist schwarz. Was? Gary ist, äh, Streber. Ich bin Streber. Abonnier mein Kanal! Hi! Moritz, du musst aber mit so klein deinem Minecraft... Leute, wir machen hier ein Tutorial. Ja, hier ist Harry Potter. Hi Leute, hier ist wieder euer Rotten Bunny Corps LP. Nein, Alter. Oh Gott. Was, weil, starten wir jetzt? Wollt irgendwer ein... Wollt mit Moritz eigentlich redet der? Moritz? Ja, hallo. Alles Gucci, dann los. Alles Gucci, ja, das geht's. Alles Gucci. Ich verliere mich noch. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Es geht noch, Gary. Passt schon. Hallo. Ich bin ein Kind. Ja, Mann. Ach, scheiße, ich hab meine Taschlampe weggeworfen. Ach, jetzt? Nix, nix. Ah, okay. Uh, okay, ähm, ich hör nichts mehr. Ach, nee. Ah, okay, man kann... Ah, ich kann auch mit... X kann ich taken? Oh, ich hab die Waffe. Ach, okay. Controller ist noch angeklemmt. Upsala. So. Niemand. Hallo. Mono hat mich angeschrien, dann bin ich schneller gelaufen. Oh Gott. Ich hab ein Zahnrad. Okay, ähm. Du, 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 du. Ähm. Hey, Moritz. Hey, guck mal hier. Hi. Wo müssen hier so ne Puppe im Schrank? Alter ist das. Ah. Oh. Oh Gott. Leute. Ja. Ja. Das ist immer wenn man, äh, äh, Schlüssel hat. Das war schon. Ich, 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 ich muss das Spiel doch erst mal kennenlernen. Na die, die sind überall Schlüssel versteckt und so. Bleibt mal lieber bei euch jetzt. Okay. Ich hab, kann dir Fotos machen oder was? Was? Wo der, wo der, wo der ist. Nee, du hast ein Foto für einen Hinweis. Ja, okay. Echt? Okay. Dann lass mal in... Hier, könnt ihr euch das angucken? Muss das im Wohnen hier liegen bleiben? Oh Gott. Da ist so ein Schrank mit so einer Leiter drin. Oh, Alter. Die Vögel sind nicht laut. Mach ich die Fasse. Ja. Die sind laut gefögelt. Ah, nein. Boah. Boah. Ups. Was tut der hier? Wo rumlaufen? Erst mal das Spiel kennenlernen. Was? Au, was du da... Wo ist denn der, äh... Okay. Äh, ist hier jemand? Ich weiß. Hallo? Ah, okay. Ah, mein Gary. Hey, Taylor. Oh, Gary ist es. Ah, ah. Au. Wieso bin ich es? Du hast die Tür geöffnet. Ja, ach was. Kann man... Leute. Ob man die Tür nicht selber auch öffnen kann? Oder nicht, oder doch, oder wohl? So, mal rauskriegen, wie ich mich verwandeln kann. Ah, okay mit... Ah, mit er. Okay. Wow. Was? Okay. Oh Gott. Hallo? Ich glaube, Boris ist tot. Oh Gott. Wir laufen einfach und schreien durchs Haus. Oh Gott. Nice. Ah, hu, hu, hoi. Boah, Alter. Hallo? Hey, das ist Taylor. Hey, wo ist Gary? Nein, das ist Gary. Lauf! Es ist Gary! Es ist Gary! Nein! Ah! Kommt her! Ich bin böse! Aua! Au! Taylor! Oh, nein! Scheiße! Oh ja, ich hab' ihn getötet! Alles gut! Oh! Okay. Ah, okay. Moment, meine Ability trotzdem nicht bekommen. Ja! Wie bist du trotzdem? Fliecherwand da raus. Ich hab' einen Schlüssel. Ich hab' einen Schlüssel. Ich hab' einen Schlüssel. Ah, okay. Oh, cool. Äh, hab' den gerade gebraucht, der Sieger. Ich hab' zwei gelbe. Ähm. Ja, hier hab' ich ihn gesehen. Oh, was? Hä? Wie war's denn? Ich hab' euch angestiegen. Der ist da hinten. Der ist da hinten. Der ist da hinten. Pass auf. Ich war grad an dem Ding. Ich hab' einen blauen Schlüssel. Den brauchen wir. Hallo, Leute! Ich bin unschuldig. Okay. Ähm. Ähm. Ich muss mich ja ein bisschen verstecken. Das ist cool. Ach, da kann ich bestimmt was essen. Okay. Ich versteck mich mal ein bisschen hier. Ach Mist, die finden die ganzen Schlüssel. Okay. Ähm. Waren wir schon auf dem Dach? Äh. Nein. Dann lass' mal da hoch. Ah! Wow! Nein, Leute! Oh Gott! Hey, ihr könnt uns doch nicht allein lassen! Nein! Schießt auf ihn! Schießt auf ihn! Ihr habt nichts! Danke! Ah, Mist! Komm her! Komm her, ihr lieben Kinderlein! Komm her! Mist. Wegen dem Regen. Mhm. Ist er tot? Ha! Ausgetrickst! Ha! Scheiße! Hilfe! Hilfe! Nein! Du bist meeeen! Okay. Wir können glaube ich nicht mehr helfen. Tschüss! Er ist wieder ein kleines Gary-Kind. Ah! Oh! Vandalismus! Okay. Oh, voll cool. Ah! Ah! Alles klar! Ich kann... Ich kann die Kiddies einsperren. Alles klar! Ah! Das ist ja geil! Haha! Voll cool! Das ist ja richtig cool! Okay! Aha! Okay! Ich muss erst mal... Ja! Du hast ne Knarre Mono! Ja! Aber die ist nicht geladen! Ich kann die nur noch werfen! Ja! Nein! Ja! Der nächste! Ja! Ich habe ihn abgeworfen! Au! 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 Okay! Tschüss! Okay! Er läuft mit! Oh! Das Spiel macht Spaß! Oh Gott! Ah! Okay! Ich kann nur Bärenfallen setzen! Aber irgendwie... Wo? Oh! Ah! Okay! Boah! Ist das Spiel gut! Oh Gott! Ah! Aua! Komm her Taylor! Ah! Mist! Äh! Okay! Da kann ich nur nichts! Okay! Taylor! Komm her Schnuggii! Oh Gott! Oh Gott! Komm her! Okay! Die Krähe! Markiert! Der letzte Schlüssel! Ah! Okay! Ist also ganz da oben! Mal gucken ob die anderen da sind! Was ist das? Ah! 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 Okay, hier ist... Yep! Hier ist es anscheinend dir letzte Schlüssel. Verwandle ich mich doch und... �m... Warum? Warum kann ich das da nicht hin lassen? Okay, ich stimme... Swirli... Y... Äh! Sekunde! Äh! Ich klem noch mal den Controller an... ... Okay, Controller sagt nichts mehr. Das ist voll gut. Okay, da kann ich mir die Leute schnappen. Okay, wo sind denn da die anderen noch? Ein Schloss fehlt. Oder ein Schloss ist noch dran. Alles klar, das ist ja richtig geil. Könnte ich die Lümmels alle einsperren? Okay. Okay, Krähe, da. Könnte ich, theoretisch. Nein! Miss! Oh Gott, meine Pumpe. Was ist denn da denn das? Miss! Jerry! Als du da plötzlich hinter mir aufgetaucht bist, ne? Ja. Ich wusste nicht, wo du herkommst. Ich drehe mich um, ob jetzt die Stürfe da ist. Weil wenn man das ganze Haus labert, das ist so nice. Aber hier kann ich uns einsperren. Und noch ein Schloss fehlt. Ja, warum nicht? Ich muss doch ein bisschen unterhalten, oder nicht? Aber mega geil. Aber Geri, das ist vielleicht echt nicht so gut, wenn die anderen nicht hören. Wie auch, ob du weit weg bist, oder ob du nah dran bist. Ja. Ja, von mir her ist es gerne noch eine Runde. Ja, gerne, gerne. Warte kurz, äh, Aufnahme ausmachen, Neustern und so. Ach, du, ich zwei, zwei, zwei. Schneidet man zurecht. Ja, du, ja, genau, genau. Läuft. Boah. Sehr spannend. Tweet, Taylor, und Janni so im Flüsselmodus dran, sagt im Monat schon so. Ja, hab ich Gary gehört ab. Ich wusste ja nicht, wie weit der weg ist. Aber gut, die Krähe markiert den Raum, ne? Hm. Ja, aber ich hatte ja das Bild dazu. Der Krähe hat die Krähe bekämpft. Aber der hat schon einen Schlüssel und war schon unterwegs. Taylor, musst du noch ein paar Reiter, oder? Oh, sorry. Plump. Palump. Palim, palim. Palim, palim. So, Kinder, wollen wir Bus bauen? Oh, nein. Lassen Sie das, Nachbar. Wer ist dann da? Bist du wiederkehnt? REN! REN! Okay, wo, ähm, ist der nächste Schlüssel? Gravi, Gravi, du bist kein Böser, oder? Nein. Gravi, doch nicht. Auf keinen. Okay, lieb, scheiß ich red, dass du zweimal hintereinander nebenber wirst, ist relativ unwahrscheinlich. Deswegen vertraue ich dir mal. Okay. Bestimmt, Taylor. Alle 30 Sekunden. Okay, der erste Schlüssel wurde anscheinend schon gefunden. Ich hab noch einen. Ah, verdammt, du rennst aber auch schneller. Oh, ne? Du rennst aber auch schneller als ich. Ah, komm her. Du Pussy-Bong. Leute! Okay. Boah. Wie schnell sind die im... Schlüssel suchen? Oh Gott, er ist hier! Er ist hier! Hier unten! Ah, da läuft hinter mir! Er ist unten! Ah, da ist du! Ich laufe nach oben! Hilfe! Ah, hier ist die Tür zu! Warum, warum kann ich dich nicht greifen? Ich werde draußen! Verdammt! Achso. Moment. Ah, Hilfe, Leute! Hilfe! Haben wir ihn getroffen? Ah, Aua! Ich hab einen Tomate eben gesehen. Ich werde noch mal nicht getroffen! Aua, noch mal! Nein, nein! Kommt her! Aua! Au! Au! Komm her! Komm her! Was? Ha! Aua! Aua! Oh Gott! Hilfe! Ich hab Hilfe! Nochmal! Ah, Mist! Ah, Mist! Ich hab mich erwischt! Ich hab den Schlüssel übrig! Los! Leute! Los! Go, Will! Verdammt! Das gibt's nicht! Die Tür geht nicht auf! Aua! Aua! Nein, nein! Nein! Ah, okay! Ich hab den Schlüssel! Nein! Ja, komm, weg! Moment. Bin ich blöd. Komm her, Grabi! Komm her! Geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Lauf, leauf, leauf! Scheiße, scheiße, scheiße! Komm her, Schnuckel! Geh weg! Nein! Oh Mann, nein! Komm schon, komm schon! Ah verdammt, die haben wieder ein Schlüssel gefunden! Alter! Wer hat den letzten Schlüssel aufgemacht? Ich hab das gemacht, ihr habt den gut abgelegt. Oh, sehr gut! Der hat einen durchmachter geschrien! Ah, schön! Ich hab zwischendurch immer diesen Schnellrenn-Buff rausgehauen. Hat der euch erreicht oder war ich zu weit weg? Ne, 10 Meter. Ja, wir waren immer zu schnell. Ja. Bist du langsamer als Kind, Gary? Äh, als Kind bin ich genauso schnell wie ihr, wenn ihr rennt. Aber als Erwachsener bin ich ein bisschen langsamer. Als Nachbar ist dann langsamer. Genau. Ah, darum hast du in Richtung gekommen. Okay. Ja. Das war halt so geil. Ich will den ganze Zeit mit Kissen. Das war wirklich geil. Das war wirklich spannend. Vor allem Dayl, Alter. Ah, ah, ah! Ja, Leute, Leute! Wir sind alle vier zusammen. Da schreit Gary, Jesus! Hilfe, Hilfe! Ja! Das ist Gary! Hilfe! Lauft! Schön! Ja! Ah! Ich hab Grafikeinstellungen geändert, jetzt ist mein Spiel gefreezed! Ja! Nein! Warum? Das ist so cool! Machst du noch ne Runde, oder? Hatten wir echt auch mal? Die Leute, die tot waren, habt ihr eigentlich den Toten-Chat benutzt? Ich mein, ich bin noch nicht einmal gestorben. Jetzt. Gravi und eh. Der Toten-Chat funktioniert. Gravi und ich haben uns gerade gewusst. Ah, okay. Okay. Dann könnt ihr euch noch hier rüber unterhalten oder im Discord? Hier rüber. Ah, okay. Und kein anderer hört uns. Ah, okay. Du musst noch drücken. Ja. Oh, ich stand. So, und weh, ich bin noch mal Nachbar. Ich will jetzt mal Nachbar. Jetzt bin ich mal Nachbar. Ja, du bist immer Nachbar. Du warst zweimal ein. Echtmal. Stimmt gar nicht. Das ist echt nicht gut für die Pumpe. Ja, komm. Okay, ich bin Kind! Run! Gib Gas! Run, run, run! Okay. Wir rannen. Ah, alles klar. Run, run, run. Ah, alles klar. Run, run. Also, ich vertraue Gary. Ich glaube nicht, dass er schon wieder hat. Nee, diesmal bin ich wirklich Kind. Ich könnt dir vorstellen. Okay, der erste wurde schon gefunden. Äh. Ich hab halt null Ahnung, wie man das spielt. Ah. Ja, ich hab'n Schlüssel. Ich glaub, das ist Chuck Moritz. Der rennt mit so ner Kiste rum. Die kann ja... Äh, ich hab'n Schlüssel. Äh, nein. Äh, wo geht's denn runter? Leute? Leute? Ah, hier. Ah, so kann man schmeißen, alles klar. Ich dachte, ich hätte als kleiner Bub da irgendwie noch so ne Fähigkeit. Oh. Ah, cool. Es gibt hier auch noch so ne Scheune. Das ist ja geil. Asmir. Kisten. Take. Ist das hier ein Schlüssel? Hm. What? Okay, das geht zum Keller. Auto kann man öffnen. Geil. Das ist ja cool. Okay, die Haube kann man nicht öffnen. Hallo Mono. Jerry? Ja. Du wirst mir doch nichts tun, oder? Nein, ich bin... Diesmal bin ich wirklich Kind. Ohne Scheiss. Ähm. Okay. Was kann man mit dem machen? Mit wem? Mit dem Ding hier. Mit dem Schraubenschlüssel? Ja. Keine Ahnung, ob man damit überhaupt irgendwas machen kann. Achso, okay. Hallo. Hallo. Teller. Ich hör' Gary. Teller. Ah, hier war ich schon. Okay. Gary. Teller. Wer ist es? Hör' dich doch. Hallihallo. Ach da, da ist Teller. Ah moin. Ah, okay. Teller ist es. Teller. Teller. Hilfe. Hilfe. Nein. Verdammt. Verdammt. Ich hab's versucht, Gary. Warum geht es zweimal Mono? Was soll das? Bin ich jetzt tot? Mono, warum bist du zweimal? Digge, hier. Teller ist es. Der hat gerade Gary gesnackt. Scheiße. Grabi. 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 Nein. Wir haben Beats. Nein. Tschüss. Okay, cool. A und D, okay. Grabi. 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 Achso. Ah, mit Leertasten geht das auch. Alles klar. Okay, lass uns abhauen. Okay, da raus hier hin. Oh, da ist Gabi! Da ist Fender! Ah, da kann sie auch nur mit verschiedenen Namen zahlen. Kleine Kinnis! Ich bin ganz trocken. Ich bin ganz trocken. Ah, Leute, Leute! Leute! LeUne! Wir sind hier zum Mitteln. Und ich auch noch. Ne, nein, nein, nein. Wer passt, wer passt! Was? Keiner hier. Hey Gravi. Was für ein Scheiße. Wie geil. Wie schnell. Ihr habt nämlich nicht gerettet. Ich hab versucht. Hallo. Aber ich hab nichts zu machen gefunden. Wo seid ihr? Mit der Waffe. Hier. Ich bin grad bei Kid and Taylor. Hallo. Aber ich hab nichts zu machen gefunden. Habt ihr eigentlich auch in der Lobby so FPS Einbrüche? So ein bisschen. Also ich hab in der Lobby nur 40 FPS. Im Spiel läuft alles flüssig. Okay. Ich weiß aber nicht warum. Oh. Fehler kommt so. Nee. Kommt noch nicht. Doch. Nee. Also ich hab das Spiel auf. Ich nehm das mit 30 FPS auf. Weil. Bei mir sagt OBS dann immer. Codierung überlastet. Mir. Seht alles flüssig aus. Bis jetzt. Wie gesagt. In der Runde geht's auch. Okay. Hallo. Ich hab nicht verfehlt. Kann doch nicht wahr sein. Ich hab dich verfehlt. Ich hab dich verfehlt. Wie fehlt man eigentlich den Buff? Was? Den Buff. Das alle hält schnell ran. Nee. Da musst du der Charakter sein. Wer wagt es? Ich wollte sagen. Taylor. Du musst es festhalten. Ah. Herzgekraft. Das ist die Krähe. Leute. Ah. Man kann auch Gegenstände reinwerfen. Das ist ja geil. Mono denn da? Hast du den Mono gerade gesehen? Nee. Wieso? Der hat sich selbst in so einer Tür eingesperrt. In dem Raum ist dann der Schlüssel wo die Krähe ist. Wo rennt der denn raus? Mono die Idiot! W Sam. zurück und rennt er denn mit der erdnussbruder ans haus nein du warst doch richtig ist Moritz da? Sind alle falsch. Moritz ist noch nicht sicher ob er das Spiel gecheckt hat. Moritz ist richtig. Wo komm ich da runter? In dem Raum. Ah jetzt ja. Aber wo? Er hat benutzt wirklich alles. Wo soll da der Schlüssel sein? Er holt alles vom Schrank. Na in irgendeiner Kiste oder so? Da unten? Ne. Links gerade eingesammelt? Ne anscheinend nicht. Boah, Teller ist nicht weit. Okay, Mono. Teller stellt Fallen auf. Schallen. Ohne mit seinem Erdnussbutter. Das ist einfach so die Klischee-Schwarze. Erst die Waffe, dann die Erdnussbutter. Süßigkeit. Da drinnen. Boah. Gemein. Da ist er doch auf dem Dings. Ja, okay. Mono hat ihn. Boah. Moritz hat ein Stuhl in den Kopf gekriegt. Komm schon, Moritz. Welcher ist welcher? Du willst es auch? Ich will Hilfe. Der mit der Waffe, das ist Taylor. Der mit dieser Bärenfall in der Hand. Komm schon. Nein, du bist mir so gehofft. Ja, zwei Schüsse brauchen wir aber noch. Hallo? Ich kann dich frei finden. Nein. Achso. Ja, sehr gut, sehr gut. Hallo Moritz. Hallo Moritz. Warst du ein braves Kind? Jaaaa. Fuck. Oh, bin nicht. Mono, schön. Das ist so schön auf. Run! Schreizierer. Nein, Mono. Oha, Mono. Mono, Mono, Mono. Taylor, du kannst ja auch noch einsperren. Oh, scheiße. Du bist eingesperrt. Oh, was? Nein. Jaaaa. Du bist zu schnell dem hergekommen. Du warst in meiner Nähe. Neighbor Victory. Ich bin hergekommen, ich hatte doch den Speed Buff. Ah, Speed Buff. Ja, du bist an mir vorbei gerade und ich dachte so, laufe ich hinterher. Gewonnen! Juhu! Ich wollte dir nicht helfen, Gravi. Ich hatte nichts zum Werfen.